Musik Musik 3 treten Janis Oortmann mit der 26, Leute, von Beginn an Sven Paltz André Reimann mit der 10 Unser Kapitän Ein weiterer Wechsel bei unserem TSV großen Kneten in der 83. Spülminute aus der Partie. Wir bedanken uns bei unserer Nummer 15 Rederlinke Pangemann und begrüßen neue Lacken-Team direkt hier bei dem Eckstoß. Hier noch einmal mit Timo Bötig. Und neben dem Kreuz in der Bade um 18. Spülminute. Und bei der ganzen Nummer 16 Rederlinke Pangemann für den zweiten Beinemann und der erste Beinkontakt von der Nummer 11 Timo Bötig. Ja, ja, ja! Ja, ja, ja!